Die momentane Hauptstadt Japans und der Sitz des Kaisers ist Tokio, wie ihr wahrscheinlich auch wisst. Das war in der japanischen Geschichte aber nicht immer so, sondern der Sitz des Kaisers war mal im heutigen Osaka, mal in Nara, mal in Kyoto und dann gibt es noch einige andere Orte, wo der Kaiser hausiert hat. In der Regel hat man den Ort, an dem sich der Kaiser befunden hat, also sozusagen der Mittelpunkt des japanischen Volkes und Japans, auch als die Hauptstadt bezeichnet. Das letzte Mal umgezogen ist der Kaiser im Jahr 1869 und zwar von Kyoto nach Tokio. Seitdem lebt er dort und wir denken uns heutzutage, oh ja, der wird da jetzt wahrscheinlich leben, bis er stirbt und wir denken nie daran, dass es ja aber auch sein kann, dass das Kaiserhaus vielleicht mal wieder umzieht. Diese Möglichkeit ist in den letzten Jahren aber immer wieder diskutiert worden. Auch wenn bisher keine konkreten Vorschläge im Parlament oder so dazu hochgekommen sind und es politisch nicht wirklich diskutiert wird, gibt es doch im Hintergrund eine ganze Menge an Leuten, die gewisse Dinge immer wieder an die Öffentlichkeit bringen und darüber schon diskutieren bzw. diese Möglichkeit immer wieder auf den Tisch legen. Einer dieser Leute ist der gute Tsuchimi Karo-san. Der hat jetzt wirklich, ich glaube gestern oder vorgestern, ein Video hochgeladen, in dem er erzählt hat, dass er am 6. Oktober diesen Jahres in Kyoto, in dem Gebiet Nagaoka-kyo, so heißt das, das war mal ein Ort, wo der 50. Kaiser auch tätig war und da gab es wohl einiges an Zeremonien und Dinge, die noch nicht ganz vollendet wurden. Und wir sprechen hier irgendwie über das Jahr 780, als das mit dem 50. Kaiser, dem Kamuteno, müsste das gewesen sein, dort war. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er am 6. Oktober diese Zeremonien und all das, was gemacht werden musste, was seine Vorfahren auch vor über 1200 Jahren dort angefangen haben, beendet hat. Und zwar mit dem Ziel, dort einen neuen Ort für den Kaiser zu schaffen, um die Hauptstadt sozusagen von Tokio nach Kyoto umzuziehen. Das heißt jetzt noch nicht, dass das irgendwie fest ist, denn letzten Endes entscheiden muss es der Kaiser. Beziehungsweise der Kaiser hat da wahrscheinlich auch nicht das letzte Wort, sondern das Kunaicho, also das kaiserliche Hofamt. Die werden das wahrscheinlich dann auch hauptsächlich entscheiden. Auf jeden Fall hat Tsuchimi Karo-san gesagt, dass nun in Kyoto zumindest auch von den Energien her, von den Zeremonien her, von den Kami, die dort sind, der Nagare nennen die Japaner das. Ich weiß nicht, wie man das so auf Deutsch nennen soll. Nagare ist in der Regel, also ein Fluss zum Beispiel hat Nagare, ein Fluss, der fließt ja, dieses Fließen. Und man sagt hier, es gibt gewisse Nagare für gewisse Sachen. Also der Fluss oder der Weg vielleicht besser gesagt für gewisse Dinge, die passieren könnten, ist geebnet. Und der Weg für den Kaiser nach Kyoto, der scheint nun geebnet zu sein, sodass der Kaiser also theoretisch nur noch sagen müsste, Yo, ich gehe da hin, denn es ist schon alles vorbereitet für ihn. Ist so ein bisschen wie, man weiß nicht, ob jemand was macht, aber man geht hin und sagt, Yo, hier, guck mal, ich habe schon mal alles vorbereitet. Wenn du willst, kannst du kommen. So nach dem Stil. Es gibt aber noch einige andere Hinweise darauf, dass mit Kyoto in dem nächsten Jahr vielleicht schon was Interessantes passiert in Bezug auf das Kaiserhaus. Und zwar gibt es ja den ursprünglichen Ort in Kyoto, wo der Kaiser residiert hat. Und der wurde, ich glaube, dieses Jahr, Anfang diesen Jahres war es, das erste Mal komplett öffentlich zugänglich gemacht für auch die Medien. Da war NHK dann und hat all diese Räume gezeigt. Das war bisher nie der Fall. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hatte man gedacht, oh ja, vielleicht kommt der Kaiser noch mal dahin zurück oder so. Aber nein, das ist nicht der Fall, so wie es aussieht. Sondern wenn er nach Kyoto kommt, dann wahrscheinlich in dieses Nagaoka-Kyo. Außerdem, ganz offiziell, ist auch das Kulturministerium schon nach Kyoto umgezogen. Und ich glaube, das war sogar schon letztes Jahr der Fall. Auch wird davon gesprochen, dass ein Teil der Polizei des Kaisers, also der Kaiser hat eine eigene Polizei, also eigene Leute, die ihn eben auch schützen und schauen, dass alles okay ist, Security und so, dass ein Teil dieser Polizei auch schon rübergezogen worden ist nach Kyoto. Was natürlich komisch wäre, wenn man gar nicht vorhat, nach Kyoto zu gehen. Und es gibt die Überlieferung, auch bei den Yamabushi, dass die Kansai-Region hier, also Kyoto, Kobe, Nara, Osaka, in Zukunft wieder eine ganz große Rolle spielen wird. Und das liegt vor allem auch daran, dass eigentlich die wichtigsten Schreine, die wichtigsten spirituellen Berge und Orte, vor allem auch hier in der Kansai-Region, sich versammeln. Und ich meine, deswegen waren auch über 1000 Jahre die Kaiser immer hier in der Kansai-Region. Also, dass der Kaiser in Tokio ist, ist ja was ganz Neues. Das ist seit dem Jahr 1869 der Fall. All die Jahre davor, und man spricht, dass es das Kaisersystem schon ungefähr, Pi mal Daumen, 2600 Jahre gibt. Also über 2400 Jahre war der Kaiser in Osaka, Nara, Präfektur Shiga und so. Also Kyoto, hier in dem Kansai-Bereich, da war der Kaiser eigentlich immer. Und das hier wieder zurückzuholen, ist aus geschichtlicher Sicht gar nicht so abwegig, beziehungsweise eigentlich eher eine logische Sache. Denn Tokio ist aufgebaut worden, während der Meiji-Restauration dann auch. Tokio blüht, der Kaiser muss da eigentlich nicht mehr sein. Und all die wichtigen Priester und Leute mit Überlieferungen, wie die Yamabushi, Herrn Omote oder Tsuchimi Kado-san. Tsuchimi Kado-san kommt ursprünglich aus Kyushu, aber seine Vorfahren, die Familie der Hata und so, die sind auch heute noch hier im Kansai-Bereich. Diese Leute, auch Takeuchi Nuskune, Takeuchi Mutsuhiro, auch einer der Überlieferer, der ist leider schon verstorben, aber der lebt auch in Osaka. All diese wichtigen Leute sind immer hier. Und wenn irgendwelche wichtigen Sachen mit dem Kaiser sind an Zeremonien, dann müssen die alle von hier immer nach Tokio fahren, um das eben dort dann zu machen. Auch als der neue Kaiser ins Amt kam, da braucht man eine ganze Menge an Kleidung und so weiter und so fort. Da sind ganz viele Priester aus der Kanzlerregion nach Tokio gefahren, um das eben alles beim Kaiser dann abzugeben. Und das wäre natürlich auch alles viel einfacher, wenn das direkt hier in Kyoto dann passieren würde. Wenn er hier wäre, dann müssten die nicht so weit fahren. Und auch die Kamo-Schreine in Kyoto zum Beispiel, die Familie der Kamo, die sind auch sehr für den Kaiser zuständig gewesen immer, aber ist natürlich auch ein bisschen weit weg. Also für den Kaiser wäre es auch aus Sicht der Kami und des Ortes und alles wesentlich sinnvoller, nach Kyoto zu kommen. Und nächstes Jahr ist die Weltausstellung in Osaka, was eben auch markiert, dass die Kanzlerregion hier ein wichtiger Ort ist, nicht nur für Japan, sondern auch für die Welt. Das sind also alles so ein bisschen die Hinweise darauf. Es könnte also sein, dass der Kaiser schon nächstes Jahr, nächstes Jahr wird so ein bisschen gemunkelt, man weiß es nicht, vielleicht macht er es auch nicht. Es sind am Ende des Tages natürlich Spekulationen, aber es gibt wie gesagt eine Menge an Hinweisen darauf. Eventuell der Kaiser nächstes Jahr oder vielleicht in naher Zukunft zieht nach Kyoto um. Hier habt ihr es bei mir zum ersten Mal gehört. Ich glaube, das ist im deutschsprachigen Raum noch überhaupt gar nicht irgendwo mal an Leute gebracht worden. Wie gesagt, es wird auf politischer Ebene und so auch nicht wirklich diskutiert. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja wie wäre es denn, wenn der Kaiser wieder nach Kyoto geht oder so. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt politisch genehmigt werden muss oder so oder ob der Kaiser, und ich vermute eher, das kann er, einfach sagen kann, jo ich gehe jetzt nach Kyoto. Sehr interessant auf jeden Fall. Es tut sich momentan einiges, ja, und dass der Tsutsi Mikado-san jetzt nach 1200 Jahren diese Zeremonie und alles, was da gemacht werden musste, vollendet hat, ist mit Sicherheit auch kein Zufall, dass das genau jetzt passiert ist. Denn ich meine, man hat es 1200 Jahre nicht gemacht. Man hätte es ja die ganze Zeit machen können. Außerdem gibt es Überlieferungen, die sagen, dass der jetzige Kaiser der letzte ist, beziehungsweise unter dem jetzigen Kaiser die Welt eins wird. Diese Überlieferungen gibt es auch, auch ganz spannend und interessant. Und wir haben ja die Aikosama, die Tochter des jetzigen Kaisers. Bei ihr wird auch darüber diskutiert, ob sie vielleicht Kaiserin werden wird, weil die Nachfolge so ein bisschen ein Problem ist. Was wir aber eigentlich in Japan brauchen ist, wir brauchen eine Frau als Zeremonienmeisterin. Und das war bisher auch immer der Fall. Und die Frau kam auch aus dem Kaiserhaus in der Regel. Das war ganz am Anfang, als man das Kaisersystem hier eingeführt hat, hat man das gemacht. Und das hieß, dass der Kaiser, also der männliche Part, für all die politischen Geschehnisse verantwortlich war. Also er hat das Volk sozusagen geführt. Er war der Toshio, nennt man das auf Japanisch. Und die Frau war Saishio, also die Zeremonienmeisterin, die die Verbindung zu den Kami hatte und die ganzen Zeremonien gemacht hat. Heutzutage ist es so, dass die politische Gewalt beim Parlament und so liegt hier. Und der Kaiser in männlicher Form eigentlich der Zeremonienmeister ist. Und das ist eigentlich was, was nicht richtig so ist. Also da müsste eigentlich eine Frau hin. Aber eigentlich die Frau auch nicht als Kaiserin, sondern die Frau eben als Zeremonienmeisterin. Ist ein bisschen kompliziert. Wie genau das in Zukunft gewurschtelt wird, weiß ich nicht. Aber das ist was, was auch schon lange vorhergesagt wird hier, dass das wieder kommt, dass eine Frau eben wieder die Zeremonienmeisterin Rolle übernimmt. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie es wird. Das nächste Jahr wird auf jeden Fall sehr interessant in Japan, aus verschiedensten Blickwinkeln. Und eben auch im Hinblick auf den Kaiser. Ich hoffe, es war interessant für euch. Bisschen Spekulation hier mal in einem kleinen Video. Aber wenn es passiert, dann habt ihr es bei mir zum ersten Mal gehört. Dann wusstet ihr schon Bescheid. Und wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht. Es ist eben nur eine Spekulation. Aber ich wollte euch einfach mal auch erzählen oder sagen, dass es da zumindest einige Hinweise drauf gibt. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt. Da gibt es Rabattlinks zu meinen Online-Kursen, ein Link zu meinem Buch über japanische Mythologie und einen Link zu meiner Ko-Fi-Seite, über die ihr in den Abspann dieser Videos hier gelangen könnt. Vielen, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.